Musik Ihr Freund ist wohl unglücklich verliebt, was? Ja, der hat heute einen schwarzen Tag, kümmere dich mal ein bisschen um ihn. Wie denn? Tanzen. Tanzt er? Mag ihm mal. Tanzen Sie? Wenn es sein muss, mir macht es mich zu Hause. Kann der überhaupt tanzen? Ah, ich? Es wäre gelacht, so ein bisschen Wopserei. Ähm, komm, Wops. Musik Eine Frau wie deine Frau, solche kleine Frau betrügt man nicht. Denn das wäre für sie ein Schmerz, an dem ihr Herz vielleicht zauberlich. Eine Frau wie deine Frau, solche kleine Frau belügt man nicht. Du verlangst ja auch von ihr, dass sie zu dir die Wahrheit spricht. Denn wenn du treulos bist, glaubst du, dass sie die Treue dir dann hält. Und wenn du andere küsst, gibt's auch für sie noch andere auf der Welt. Eine Frau wie deine Frau. Was singt denn der? Solche kleine Frau betrügt man nicht. Denn das wäre für sie ein Schmerz, an dem ihr Herz vielleicht zauberlich. Woher wissen Sie denn das? Bitte? Das mit der geilen Sitzung. Frau und so, die man nicht betrügt. Wenn sie das noch mal sehen, dann passiert etwas. Komm, ich denke, wir wollen hopsen. Mach kein Unsinn, Pierre. Ich misch mich auch nicht in seine Angelegenheit. Ja, bleib mir, lass mich kommen. Komm, hopf. Eine Frau wie deine Frau. Was hörst du? Der legt es doch direkt auf mich an. Lass doch los. Setz mich hin. Ich will aber, ich bin dumm. Wir sind nicht hergekommen, um Kraft zu machen. Wir sind nicht hergekommen, um unseren Kummer zu ersaufen. Ich will auch meine Kummer nicht ersaufen. Ich will überhaupt nicht ersaufen. Sitzen bleiben. Sie haben uns den ganzen Abend verdorben. Jawohl. Deswegen gehe ich jetzt auch ins Bett. Wir? Ihr geht auch ins Bett. Außerdem könnt ihr mich morgen früh antelefonieren und mich wecken. Aber pünktlich um 10 Uhr. Verzeihung, mein Herr, ich habe Sie vorhin nicht richtig verstanden. Welches Lied wünschten Sie zu hören? Ähm, können Sie nicht im Moment mal eine Pause machen? Mein Freund kriegt nämlich Heimweh, wenn Sie singen. Ähm, ha, ha, ha.